Ey, die Beine von Viera sind so unfassbar, man. Ohne Scheiß. Du kannst keinen Pass an dem Typen vorbeispielen. Ja, spielen, 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 spielen. Das war so klar, man. Sorry. Sorry. Oh mein Gott. Hey, 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 der hat nicht geschossen. Nein. Ja. Oh, wie gut abgefangen. Wenn wir ein Tor noch machen, dann haben wir Zidane, Team of the Season eigentlich safe. Aber wenn wir jetzt bald eins kassieren, dann wird es nochmal richtig eng. Digger. Mach nicht diesen. Nein, mach nicht diesen. Was? Was ist das für ein Scheiß-Abpfiff gewesen? Belgien oder Portugal. Belgien oder Portugal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digger. Was? Was? EA? EA? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Was? Digger. Was? 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 Oh, ich klipp das mal. Ich muss das klippen. Oh mein Gott. initialt mal. Oh mein Gott. Wie kann das sein? Oh mein Gott. muốn tauchen. Oder wenn du's kla Liberal an Texas einst. Ole? Das sieht gefährlich aus. Oh mein Gott. Torwart. Ha! Torwart! I'm done. Den will man nicht. Sag mir bitte nicht, dass war der. Kann das bitte? Kannst du das gleich klippen, bitte? Aber erst, wenn der Spieler angezeigt wird. Oh mein Gott, war das dieser Uwe. Wo klippe ich nochmal hier? Nee, melden, ich will dich nicht melden. Jetzt ist der Name da. Oh, shit. Oh, shit. Oh, oh, das ist so traurig. Das ist ein Tor. Das ist so typisch EA. Wenn du Wamskripp schießt, dann... Top 200 safe. Oh mein Gott, oh mein Gott! Was? Was? Also unser CR7-Tod, die war ja auch eine Katastrophe. Edeka, den hast du dir verdient, Bruder. Den hast du dir verdient. Und dafür erstmal den Dino. Eine Minute nur, du musst dich beeilen. Oh mein Gott, oh mein Gott! Das ist der Dark, fährt halt's Maul. Tschüss Leute, wir sehen uns morgen im Stream. Schlaft gut. Hast du gesehen? Das ist wichtig. Nein! Oh, Knochen! Oh, Knochen! Will er nicht abspielen? Der Torwart läuft mit dem Ball. Oh, mit Selfie-Bett. Liegt's gut. Oh nein! Torwart schmeißt dich hier in den Tag. Machst du hin, Alter! Elf Meter! Elf Meter! Elf Meter! Also muss er jetzt runter. Das ist natürlich... Oh Mann! Alter, es leckt so hart. Habt ihr das? Hä? Er... Mein Spiel ist Freeze! Mein Spiel ist Freeze! Hallo? Hallo? Hä? Mein Spiel ist Freeze! Mein Spiel ist Freeze! Ich hab... Mein Fil... Boot! Jetzt letzte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boom. Eine Klangschwester, zwei Pornen, drei Ja, Brody Mag schon sein Insignia ist so gut, Freunde. Guck mal, wie sich ihr für das Team einsetzt Perfekt, clipt das bitte. Insignia hat gefällt. Knie gegen Gesicht. Habt ihr's gesehen? Was? Ohne Witz. Ich wollte wieder Hacke zu Hacke machen. Oh mein Gott. Es war nicht gewollt. Es war legit nicht gewollt. Es war nicht gewollt. Alter Houdini. Ziehen wir's gleich nochmal. Jetzt nochmal. Da, zack. Wild. Das konntest du sehen. Und hinten rechts. Hä? Wie geht's denn? Was ist denn daran so schwer? Er ist links fuß. Ja, klar. Ja, der kommt dabei. Ist klar. Ja. Wenn wir... Ey, was ist das mit dem... Ey, ist das ein Bug, Bruder? Mit den Verträgen? Ja. Ähm. Wo kompetitiv... Kompeti... FIFA... Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Wahlverlust. Tag und Titan an die Titans. Nein! Achso, ich dachte es wäre Ronaldo. Okay, nein. Schon gut. Okay. Oh Gott, das war wegen dem weißen Trikot. Man hat nichts gesehen. Ich dachte es wäre Ronaldo. Nein! Nein! Ich meine es! Ich spiele so schlecht. Ich spiele so schlecht. Muss ich auch wirklich sagen. Hallo? Hallo? Oh, man.